Los Angeles musst du dir wie einen riesengroßen Dschungel voller wilder Tiere vorstellen, Donaciano. Du hast nicht die geringste Chance, wenn du da nicht in der Gang bist, Kleiner. Du bist jetzt einer von uns. Ich hab hier 3080 gezählt. Die Schlepper verlangen mittlerweile 10.000 Dollar. Du musst noch zwei Jobs erledigen. Also der Nächste. Mach deine Sache gut. Jetzt mach's schon. Drück endlich ab, verflucht nochmal. Zur Hölle mit dir! Schieß endlich! Das sind Killer. Versteh doch, wenn ich da drüben ankomme, dann muss ich gleich dazugehören. Dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Komm raus, du Feigling, und bleib nicht einfach an der Tür stehen! Marcos, hier auf zu schreien! Endlich seid ihr wieder zurück! Wo ist denn Lino? Er wollte eigentlich mit euch zurückkommen. Was hat er gesagt? Ihr wart unzertrennlich. Wo ist mein Sohn? Du siehst nicht gut aus. Alles ist aus dem Ruder gelaufen. Ich brauch deine Hilfe. Große Klappe und nichts dahinter. Heute Nacht wirst du sterben. Freigling, undisingen. Freigling, und personen in der flooded Amen.